Die Sendung wurde live untertitelt. Wenn du einen Schwimmer suchst, der war bisher nicht da. Er wird schon kommen. Ganz typisch, immer wenn mir einer gefällt, hat er schon einen. Das scheint ganz schön ernst zu sein. Und der andere klammert. Es gibt noch mehr. Hallo? Guten Tag. Treiben Sie hier auch Frauen rum? Da bist du aber an der falschen Adresse. Okay, er ist schön, braun gebrannt, gut gebaut. Aber merkst du denn nicht, dass er echt seltsam ist? Heute Morgen wurde hier ein Ertrunkener entdeckt, wo der Welt schon so viele abgeschreckt hat. Jedenfalls greift so ein Welt doch keinen Menschen an. Weiß nicht, dass es sowas nicht trotzdem gibt. Glaubst du an einen Mord? Also an deiner Stelle hätte ich Angst. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020